Zurück in der Lodge. Zurück im Dunkel. Herzlich Willkommen zurück. Ich sehe nämlich gerade, dass da noch Dateien auf die externe Platte rüber geschoben werden. Um genau zu sein, die Aufnahme von gestern wird da gerade noch rüber geschoben. Na toll. Fuck, das Licht ist aus. Ich dachte jetzt, sie könnte schlau sein und einfach wieder zurück ins Licht rennen. Tja, da haben die Entwickler auch dran gedacht. Wo bin ich denn? Sag mal, jetzt habe ich schon Halos oder was? Ich könnte schwören, da ist gerade einer hinter mir langgelaufen. Oh, wie geil, eine Leuchtpistole. Oh mein Gott, die wird uns wahrscheinlich so den Arsch retten. Kurzer Frame-Einbruch. Ach, da muss ich lang. Die Treppe habe ich gerade vorhin irgendwie übersehen. Habe mich schon gewundert, wo ich hin muss. Das davon ist Barry, oder? So. Aber, wir wissen es ja schon. Wenn wir bei diesem Spiel so ausgerüstet werden, dann nicht, weil die Entwickler nett zu uns sein wollen. Was haben wir denn eigentlich gerade noch für Seiten? Ach, wir haben hier noch gar nicht gelesen? Echt jetzt? Machen wir doch kurz, oder? Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre er nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Hartmann redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartmann, wo steckt Al? Irritiert brach Hartmann mitten im Satz ab. Er nickte einem hühnenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Berys Schulter klatschen. Hartmann verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichte auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartmann ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Hartmann wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem Drum und Dran, inklusive eines Drachens. Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. So, und an der Stelle lesen wir nicht weiter. Sondern wir besuchen Barry da vorne. Aber ganz ehrlich, der steht auf der anderen Seite von diesem Tor und ich glaube nicht, dass der uns da jetzt einfach aufmachen wird. Ah, du lebst! Kommen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry! Ich hab es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also... Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Barry! Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge! Mach schnell, Barry! Ja, du bist schon dabei! Oh, das war richtig schlecht! Mein Gott, war das schlecht! Ich dachte, die explodiert direkt beim Aufprall, jetzt ist die weggesprungen. Hm... Dann machen wir es anders. Dann rennen wir am besten an denen vorbei. Und gehen da hinten in Deckung. Gott, hoffentlich kommen wir da durch. Mach schnell, Barry! Ja, ich bin schon dabei! Ach, jetzt komm! Ach, jetzt komm! Shit, der hat mich echt noch erwischt. Fick dich! Fick dich! Lauf, Alan. Lauf, 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 lauf. Fuck. Fuck. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Ich bin verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, Al. Du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ für dich. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. So was passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkeln am Grunde des Sees, aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken. Das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier, in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Gottverdammt, er spricht mit mir! Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich hab versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab noch. Mann! Was für ein Sturz! Keine Sorge! Dein Starschnitt ist noch ganz! Vergiss den! Bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hell! Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener! Nimm eine Leuchtfacke! Ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, hell! Alles okay! Der hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt. Was? Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Dell! Ich warte dort! Na super. Ohne Waffe. Barry, warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Nun kannst du nachkommen. Mach dir keine Sorgen! Hab alles im Griff! Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Und er hat den Starschnitt mitgenommen. Wie sollen wir hier bitte schön ohne, ohne irgendeine Art von Licht überleben? Oh, fuck. Hier lebt alles. Aber die Seite habe ich bestimmt noch nie gefunden, oder? Tatsächlich. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte. Wenn er wirklich seine Frau hätte, der Gedanke ließ ihn erzittern. Hartman war nicht glücklich. Mott konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte zwei Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war. Doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit... seit Tom. Schlafen Sie gut, Elm, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Soll ich noch weiterlesen? Nein, nein, nein. Komm, das reicht. Jetzt probieren wir erstmal wieder hier rauszukommen. Der Scheinwerfer ist noch an. Das könnte uns das Leben retten. Oh. Tja, so viel dazu. Ach, die Dinger sind da drunter. Oh, fuck. Wie ein Hund. Er hat mich hier durch den Wald gescheucht von ein paar Fässern. Oh, nee. Shit, ich dachte, sie kommen da noch vorbei. Nein, nein. Ihr wollt mich nicht angreifen. Komm, Alan. Bisschen mehr Ausdauer. Nur ein bisschen. Ich verlange nicht so viel. Er braucht Licht, um daran vorbeizukommen. Was kann hier Licht erzeugen? Vielleicht diese Manuskriptseite. Echt jetzt? Ich dachte, er kann nicht drüber laufen. Äh, wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Oh je, der arme Schriftsteller. Der ist völlig außer Atem. Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. So, es lässt sich... Ach, ja. Wo könnte dieser Generator sein? Haaa. Ja, jetzt? Autsch. Ha. Ja. 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 Ja.